Sekbert de Barbeira war ein okzitanischer Ritter und verhiedet im 13. Jahrhundert. Er trug den Beinamen Lein de Combat. Biografie, Herkunft. Sekbert wurde um das Jahr 1185 im Château de l'Aleric am Fuße des gleichnamigen Berges in der Nähe von Carcassonne. Als Sohn des Gilem Sekbert de Barbeira und der Dame Kavanagh in eine katarische Adelssippe hineingeboren. Seine Brüder waren Ramon Emengout und Arnaud Gilem, eine Schwester hieß Kombors. Über Sekberts Kindheit und Jugend ist nichts bekannt. Albigenser Kreuzzug Gleich zu Beginn des Albigenser Kreuzzuges wurde Alaric von den Kreuzfahrern eingenommen. Sekbert gelang es zwar die Burg zurück zu erobern, musste sie jedoch im selben Jahr wieder aufgeben. Fast ein Jahr später, im Januar 1210 überfiel und besetzte er die Burg Mondlauer, verlor sie jedoch schon zu Ostern wieder an die Kreuzfahrer. Sekbert war gezwungen in den Untergrund zu gehen und kämpfte als verhiedet in den Diensten des Grafen von Thulaus, Raimund V. I. Gegen die Eroberer unter Simon e. V. de Montfort. Er nahm ein 1218 neunzehntel an der Schlacht von Barzige und der Verteidigung von Thulaus gegen die Kreuzfahrer teil, bei der Montfort fiel. Roussillon und Mallorca In den darauffolgenden Jahren stellte sich Barbeira in den Dienst des Grafen Nounon Sanchez von Roussillon. Er wurde 1223 dessen Kommandant der Garnison von Perpignan, die er gegen den aufständischen Gilhem de Moncada verteidigte. Am Hofe Nounon Sanchez machte Sekbert unter anderem die Bekanntschaft von Olivier de Termes und von Raimund Trenchaville. Ebenfalls zwei Fahidits aus dem Longdog. Im Gefolge des Nounon Sanchez nahm er an der Eroberung Mallorcas durch den König Jakob von Aragon teil, wo er sich durch seine Erfahrung und seinen Mut auszeichnete. Er ritt an der Seite des Königs gegen die Sarazenen in der siegreichen Schlacht bei Potopi und tat sich während der Belagerung der Ciutat di Mallorca als Baumeister von Belagerungsmaschinen hervor. Barbeira wurde mit Land im Roussillon und im Phenuits beschenkt und heiratete 1233 Sibylle de Parkholz. Aus dieser Ehe ging die Tochter Sekbertar und der Sohn Gilhem Bernhard hervor. Aufstände im Longdog. 1240 schloss sich Barbeira zusammen mit Termes dem Aufstand Trenchavilles an. Dieser wollte Carcaso, sein väterliches Erbe, zurückerobern. Auf ihren Zug nach Carcaso, beginnend in Corbires, nahmen sie die Festungen Aguilar und Montreal. Die Abtei Montolieu wurde zerstört. Am 9. September begann schließlich die Belagerung Carcasones, die am 12. Oktober erfolglos abgebrochen werden musste. Zwei Jahre später unterstützte Barbeira den Aufstand des Raimund VII von Tulaus, der ebenfalls sein Erbe zurückerobern wollte. Noch bevor es jedoch zum Kampf kam, unterwarf sich Raimund der königlichen Autorität. Barbeira ging ins Roussillon zurück. Als Anhänger der Katara-Lehre wurde er exkommuniziert, er beantwortete dies in den nächsten Jahren mit dem Plündern von Kirchengütern. Letzter Kampf und Ende. Dank des Einflusses und der Vermittlung des Ramon de Peñafort wurde die Aufhebung der Exkommunikation Barbeiras beim Papst erreicht. Dies ermöglichte ihm eine Aussöhnung mit der Kirche im Jahre 1247, auch wenn er sich weiterhin gegen Frankreich stellte. Sein ehemaliger Kampfgefährte Oliver de Termes hatte sich jedoch im selben Jahr dem französischen König unterworfen und nahm nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land eine aktive Rolle bei der Etablierung der französischen Herrschaft im Languedoc ein. Damit wurde er zu Barbeiras Todfeind. Diese Feindschaft mündete 1255 in der Belagerung von Queribus, das seit 1242 von Barbeira kommandiert wurde und seit dem Fall des Mosegüer elf Jahre zuvor als letzte Hochburg der Katara galt. Barbeira musste die Burg letzten Endes aufgeben und ging in Gefangenschaft, in der er aber nicht lange blieb. Nachdem im Vertrag von Corbeil die Zugehörigkeit des Fenuits zu Frankreich bestimmt wurde, ging Barbeira zurück ins Roussillon. Dort ging er mit Esklamonde de Cunard eine zweite Ehe ein. Das letzte Mal findet Barbeira 1275 Erwähnung, als er am 4. Oktober an der Hochzeit des zukünftigen Königs von Mallorca, Jakob II, mit Esklamonde von Volk teilnahm. Danach verliert sich seine Spur.